Moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. In dem heutigen Video möchte ich euch mal die stärksten PvP-Klassen in Burning Crusade Classic vorstellen. Es gibt auch in Burning Crusade weiterhin neun Klassen und wir werden heute mal ein Ranking erstellen von der schlechtesten bis zur stärksten Klasse im PvP in Burning Crusade. Wir werden dabei mit der in Anführungszeichen schlechtesten Klasse anfangen, an der neunten Stelle und bis zur besten Klasse uns quasi heute durchkämpfen, das heißt auf jeden Fall an der Stelle bis zum Ende vom Video dranbleiben. Ganz wichtig an der Stelle, mir ist es nicht leicht gefallen, dieses Video hier heute zu erstellen, weil natürlich jeder hat so ein bisschen auf seine eigene Meinung. Und ich denke mal, viele von euch werden dann, wenn sie mit eurer Klasse so ein bisschen schlechter abschneiden in dem Ranking heute, auch so ein bisschen denken, das stimmt doch gar nicht von daher. Schreibt mir auf jeden Fall Leute zu dem Ranking eure Meinung in die Kommentare, ist mir sehr wichtig. Ich werde mir die alle anschauen und ich kann euch auch wirklich so viel versprechen, der Unterschied ist nicht dramatisch. Ja, wir haben hier heute eine Einteilung, ein Ranking, am Ende haben wir quasi eine beste PvP-Klasse in Burning Crusade gefunden, aber die Unterschiede sind wirklich nur marginal. Also lasst euch da bitte nicht entmutigen, wenn ihr mit eurer Klasse so ein bisschen weiter hinten landet. Im heutigen Video geht es vor allem um die Performance der jeweiligen Klasse in der Arena. Das heißt, es richtet sich vor allem an Leute, die auch im High-Rated-Arena-Gameplay quasi mitspielen wollen. Ich würde sagen, so zu 70 Prozent werden wir uns die Arena-Performance quasi anschauen und die anderen 30 Prozent gucken wir dann noch kurz, okay, wie spielt sich die Klasse im BG und im Duell und im World PvP. Fangen wir einfach mal an und ja Leute, was soll ich sagen? Liebe Paladine, es tut mir wirklich leid, aber ihr seid an der Stelle am 9. Platz gelandet. Eine Klasse muss es treffen, die meiner Meinung nach in Anführungszeichen schlechteste PvP-Klasse in Burning Crusade ist für mich der Paladin. Wir gehen mal kurz rein in die Talente. Wir haben hier den Holy Paladin, den Protection Paladin und den guten alten Retri. Ich würde sagen, der stärkste Talentbaum in Burning Crusade und der am meisten gespielte, auch in der Arena, ist auf jeden Fall hier der Holy Paladin. Danach kommt der Retri und danach der Tank Paladin. Fangen wir mal an mit dem Holy Paladin. Der Holy Paladin wird traditionell im Turn 2 sehr gut mit einem Krieger laufen können. Das heißt, das ist schon ein starkes Setup. Ihr habt wegen der Freiheit für den Krieger, ihr könnt den Krieger dispellen, ihr habt eine Babel und so weiter und ja, ihr werdet auf jeden Fall mit der Kombi Holy Paladin Krieger oben mitspielen können in der Arena, aber vielleicht nicht die aller krassesten Top Ranks erreichen, weil dann doch einfach so Healer wie Druiden oder Priester einfach ein wenig stärker sind. Und das ist eigentlich auch schon einer der Gründe, warum der Paladin hier so schlecht in Anführungszeichen abschneidet. Wie gesagt, die Unterschiede sind nicht so krank, aber sie sind eben doch vorhanden, weil der Droide einfach deutlich mobiler ist. Durch die Reisegestalt, durch die Tankform, durch die Katzenform am Anfang hat der Droide einfach so ein bisschen mehr Mobilität in der Arena und zum Beispiel auch durch die Hotsteer hat, durch Lifebloom und so weiter, kann er einfach seine Mates einfacher am Leben halten, weil er halt nicht casten muss. Und das ist so der Hauptnachteil vom Paladin. Er hat kaum Fähigkeiten, um seinen Mate zu healen, wo er quasi nicht casten muss und deswegen ist zum Beispiel auch ein Trinket, wo er ein Incentive bekommt am Ende für den Paladin sehr wichtig für die Arena. Genau, trotzdem ist es auf jeden Fall eine sehr gute Kombi zusammen mit dem Krieger und da werdet ihr auf jeden Fall auch hohe Rankings mit erreichen. Es ist aber kein Top-Setup. Auch der Schamane, würde ich sagen, hat so ein bisschen mehr in dem Fall offensive Qualitäten mit dem Windfury-Buff, was einfach für so einen Krieger unglaublich rein scheppert, wenn man da noch so ein Windfury-Totum hinstellen kann. Deswegen würde ich auch sagen, dass Schamane-Krieger auch etwas stärker ist als Holy-Krieger im Toon-To. Andere Möglichkeiten für das Toon-To mit dem Holy-Paladin sehe ich dann eher so vielleicht mit einem Hexenmeister noch. Das könnte ich mir vorstellen. Auch eine relativ interessante Kombi, aber auch nicht so stark wie mit anderen Healern. Dann gehen wir nochmal auf den Retribution-Paladin, auf den Retri im Toon-To. Hier wird es interessant werden, weil man natürlich jetzt hier die Blutelfen-Paladine, also die Blutelfen-Siegel quasi auf beiden Fraktionen bekommen. Das heißt, das wird tatsächlich nochmal spannend, wie gut die Retri-Paladine overall am Ende werden. Retri-Paladine können im Toon-To zum Beispiel sehr gut mit einem Heal-Schamanen spielen. Das wird eine sehr interessante Kombi. Ja, zum Beispiel auch auf einem Private-Server hat es die Kombi Retri-Restro-Schamane auch relativ hoch geschafft. Die sind da Rang 1 momentan. Und das wird nochmal interessant werden, inwiefern dieses Setup vielleicht auch dominant im Toon-To werden könnte. Mit dem Protection-Paladin sehe ich keine wirklich guten Setups, aber vielleicht werden wir da auch noch irgendwie überrascht. Im BG ist der Paladin, gerade der Holy-Paladin, immer noch eine sehr gute Heal-Alternative, finde ich. Da wir hier einfach dann die Szenarien haben, keine Ahnung, sehr viele Gegner kommen angerannt einfach. Ihr könnt einfach die Bubble anmachen und euer Team hochhealen. Das wird gerade im BG immer noch sehr wertvoll sein. Und das ist auch eines der Gründe, warum der Paladin im BG-Gameplay in Vanilla so ein wichtiger Healer war. Im Solo-PVP, Open-World-PVP, sehe ich dann auch den Retri-Paladin zum Beispiel sehr weit oben. Beziehungsweise das ist auf jeden Fall auch eine gute Möglichkeit, um einfach auch PvP zu betreiben. Der eine oder andere Shocker-Din wird wahrscheinlich auch rumrennen, habe ich gehört. Und du hast es auf jeden Fall auch als Retri-Paladin gut spielbar. Trotzdem hat der Paladin einfach overall und deswegen ist er eben auch an neunter Stelle. Im Vergleich zu anderen Healern, ja, einfach nicht so diese Dynamiken, nicht diese offensiven oder defensiven Möglichkeiten, um einfach im Arena-Gameplay gut abzuschneiden. Und deswegen ist er für mich ganz klar an der neunten Stelle. Jo, machen wir weiter mit der achten Stelle, Freunde der Nacht. Und was soll ich sagen, liebe Schamanen, es tut mir leid, aber ihr folgt direkt an der zweitschlechtesten Platzierung quasi hier heute. Immerhin vor dem Paladin, ja, die Schamanen. Wir gehen kurz hier in die Talente mal rein. Wir haben den Ele-Schamanen, wir haben den Verstärker und den Hiel-Schamanen. Und, ja, das ist wahrscheinlich die wichtigste Ausrichtung vom Schamanen. Und auch die stärkste in der Arena wird auf jeden Fall der Hiel-Schamane sein. Hier mit dem Erdschild hier unten bekommt ihr in Burning Crusade eine relativ starke Fähigkeit. Und die Setups vom Hiel-Schamanen sind vor allem wieder mit dem Krieger, also Hiel-Schamane-Krieger, was sich auch etwas stärker als Hiel-Paladin-Krieger einstufen würde, einfach wegen dem Windfury-Totum. Das kann halt einfach aus so einem Krieger, gerade mit den ganzen Schmiedekolben, die am Anfang da rumeiern werden, schon sehr bitter enden, wenn man dann mal so einen Windfury-Krit bekommt von so einem Krieger. Und ich denke vor allem in Season 1, wo die Leute noch nicht so mega viel Abhättung haben, wird es eine Kombi, die recht weit oben mitspielen kann. Vielleicht nicht unbedingt Top 10 oder Top 20, wenn überhaupt Top 50. Kommt natürlich auch drauf an, wie viele Battlegroups wir bekommen und so weiter. Aber es wird eine gute Kombi sein, wo viele Leute auf jeden Fall in Gladly-Range vielleicht sogar kommen können mit dem Setup. Im 3 und 3 geht es ähnlich melee-cleave-artig weiter. Da nimmt er dann einfach noch einen Retri-Paladin mit ins Gefolge auf und könnt dann quasi Heal-Paladin-Krieger-Retri spielen. Auch ähnlich wie im 2 und 2. Wird wahrscheinlich keine krassen Top-Ranks erreichen, aber kann man auf jeden Fall gut spielen im 3 und 3. Ja, schauen wir uns den Verstärker-Schamane an. Der Verstärker-Schamane ist in der Arena sehr eingeschränkt, würde ich sagen. Es gibt so ein, zwei Setups, die man eventuell spielen kann. Eventuell mit einem BM-Hunter und irgendwie einem Droiden oder so, muss man mal gucken. Ähnlich ist es mit dem Ele-Schamanen. Vielleicht in so einer Wizard-Cleave-mäßig. Ele-Mage-Droide oder so, könnte ich mir vorstellen. Aber Wizard-Cleave, glaube ich, wird nicht unbedingt so die Meta werden. Die einzige Wizard-Cleave, die ich mir in Burning Crusade vorstellen könnte, wäre wahrscheinlich Heal-Priester, Warlock-Mage. Ja, müssen wir mal gucken. Ach so, eins hätte ich noch vergessen, für den Heal-Schamanen im 3 und 3 auch noch interessant vielleicht. Man kann Shadowplay spielen. Das haben, glaube ich, auch nicht viele Leute auf dem Schirm. Und zwar Heal-Schamane-Schatten-Priester-Hexenmeister war tatsächlich zu Burning Crusade eine relativ beliebte Kombi. Auch so ein bisschen Spell-Cleave-mäßig. Man dotet einfach die komplette Bude voll beim Gegner. Und ja, das könnte auf jeden Fall auch eine interessante Kombi für euch sein. Ja, overall, aber ist der Schamane, finde ich, dann doch, ja, im Vergleich zum Priester und zum Druiden, dann doch nicht so stark, weil er einfach nicht so viele Möglichkeiten hat. Und deswegen ist er für mich auch nur an 8. Stelle. Wir machen lockerflockig weiter, liebe Jäger. Es tut mir leid, aber ihr seid an 7. Stelle. An der Stelle, ja. Ich sehe schon, dass den Jäger wieder Rage in den Kommentaren. Und ja, der Jäger wird sehr stark im Tue und Tue mit dem Druiden. Aber er hat einfach im Vergleich zu anderen Klassen, finde ich, nicht so viele Möglichkeiten, ja, wie soll ich sagen, verschiedene Setups auch mal zu spielen, auch mal andere Dinge zu machen. Irgendwie, er ist schon sehr eingeschränkt spielbar, finde ich. Gehen wir mal kurz in die Talente rein. Wir haben hier Beast Mastery, Marksmanship und Survival. Und am Anfang von Burning Crusade, denke ich, würde Beast Mastery auf jeden Fall die dominante Skillung sein, einfach hier wegen der Fähigkeit, wo man einfach sehr viel Burst Damage hat, nicht so gut zuzielt werden kann und einfach, ja, ich sag mal so, Gegner umlatten kann, weil die Leute am Anfang einfach noch keine Abhättung haben. Wenn dann mehr Gier ins Spiel reinkommt, die Leute mehr Abhättung haben, vermute ich, wird Marksmanship so ein bisschen mehr dominieren, wenn man dann hier bis Silencing-Shot runtergeht. Einfach so ein Silence in der Arena ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, welche Setups kann man mit dem Jäger spielen? Natürlich das gute alte Druide-Jäger. Also Druide-Jäger wird wahrscheinlich mit Abstand die stärkste Kombi im Tue und Tue werden. Und das war's dann aber auch eigentlich fast schon an Setups. Und das war's dann aber eigentlich auch schon an Setups, die man wirklich, wirklich, wirklich weit oben spielen kann. Also es gibt noch Priester-Jäger, was ich auch für eine sehr starke Kombi halte, gerade am Anfang, so ein bisschen auf Mana-Drain-mäßig. Da burnt der Priester auch gerne mal so ein bisschen Mana. Der Jäger burnt ja sowieso passiv auch immer Mana mit Vipans-Ding. Und das wird auch eine interessante Kombi in Season 1 werden. Aber dann so Season 3, 4 wird auf jeden Fall der Drain-Jäger mit den Druiden wahrscheinlich in der Arena so die dominante Jäger-Kombi werden. Und die Taktik vom Jäger ist eigentlich immer die gleiche. Man versucht, die Gegner umzubekommen mit Vipan-Biss. Und im 3 und 3 ist es ähnlich. Da spielt man dann zum Beispiel mit einem Warlock noch. Der hat auch ein bisschen Mana-Drain. Da spielt man dann quasi Druide-Jäger-Warlock im 3 und 3. Das ist auch so eine Kombi, die ich am Ende von Burning Crusade sogar tatsächlich relativ weit oben sehe. Mit dem Illidan-Bogen vielleicht noch. Der auch noch Mana-Draint. Und genau, das sind aber halt so die Setups vom Jäger. Und das ist eben auch der Grund, warum er für mich ein Diplaschel ist an der Stelle. Weil er einfach dann nicht mehr so viele Möglichkeiten hat. Es gibt jetzt nicht so mega viele geile Hunter-Kombis, finde ich, die man irgendwie spielen könnte. Und ein weiterer Grund ist einfach, dass er für mich am Anfang wirklich gerade so Season 1 ein bisschen squishy manchmal sein kann. Also ein Hunter ist eigentlich, die guten Arena-Spieler werden es kennen, ein relativ beliebtes Target. Den kann man relativ gut umnuken. Im Vergleich zu einem Warlock oder irgendwie anderen Kandidaten. Und deswegen ist es vielleicht am Anfang auch ein bisschen schwierig mit dem Hunter gegen so Teams wie Shurke Mage oder irgendwie Warlock Mage und so weiter. Muss man aber mal abwarten. Im BG-Gameplay wiederum sehe ich den Hunter sehr weit oben, muss man sagen, an der Stelle. Weil er einfach unglaublich viel Schaden drückt von Zerg-Momenten profitiert, von hinten drauf ballern kann. Mittlerweile seine Pfeilen im Combat legen kann und, und, und. Also im BG ist er wahrscheinlich sogar mit die stärkste oder mit einer der stärksten Klassen auf jeden Fall. Und auch im Solo- und World PvP sehe ich ihn als sehr, sehr stark. Overall, aufgrund der doch sehr starken Einschränkungen im Arena-Gameplay, aber nur an siebter Stelle. Wir machen Lockdaff-Lockig weiter an sechster Stelle. Leider, leider, liebe Magier, kommt ihr schon. Ja, der Magier ist für mich an sechster Stelle nicht, weil er irgendwie schlecht oder so wird, sondern weil er auch einfach im Vergleich zu den anderen Klassen ein wenig, ja nicht so viele Möglichkeiten hat, einfach wie die anderen. Ja, da gehen wir aber gleich nochmal drauf ein. Vorher gehen wir erstmal hier auf die Talentbäume ein. Wir haben hier den Frost-Talentbaum, den Feuer- und den Arcan-Bomb natürlich. Und der stärkste PvP-Bild wird auf jeden Fall hier wieder Frost sein. Und vor allem wegen dem Talent in Burning Crusade bekommt ihr nämlich hier ein Elementarpad, was ihr quasi beschwören könnt. Das ist wirklich ein sehr starker Cooldown, mit dem ihr sehr viel Burst-Damage auf den Gegner machen könnt. An zweiter Stelle sehe ich dann den Fire Mage im PvP. beziehungsweise auch so ein bisschen den Ele Mage, wo man dann so 50-50 verteilt ungefähr. Und an dritter Stelle den Arcan Mage, beziehungsweise den Pyro Mage, wo dann hier so Hälfte geht hier rein, Hälfte hier kann man sagen. So, welche Setups sind mit dem Frost-Magier spielbar? Ihr könnt gerade am Anfang, gerade in Season 1, unglaublich gut mit einem Schurken-Tun-Tun machen. Und ich glaube auch, dass Magier-Schurke tatsächlich in Season 1 eins der stärksten Setups überhaupt werden könnte. Ihr habt einfach abnormalen Burst-Damage, könnt fast jede Kombi eigentlich, könnt ihr einen umlatten, wenn ihr perfekt spielt. Und das wird wirklich, glaube ich, für viele Teams die absoluten Angstgegner am Anfang, wo die Leute noch sehr wenig Abhättung haben. Dann wird es so mit Season 2 und 3 ein bisschen abflachen wahrscheinlich. Da werden mehr so die Healer-Kombis ein bisschen nach oben kommen. Und in Season 4 dann wiederum, am Ende von Season 4, wenn man sehr viel Haste-Gear wieder hat, dann könnten solche Kombis mit Mage wieder stärker werden, weil der Mage dann einfach wieder noch mehr Damage drücken kann. Weitere gute Kombis sind zum Beispiel dann, ja, was könnte man noch spielen? Hexenmeister-Magier gab es auch so die Kombi. Ein bisschen auf Spellcleave angelehnt im Tuntu. Auch eine spielbare Kombi. Ist aber auch, glaube ich, ja, nicht so mega stark. Dann gibt es eigentlich noch eine einzige andere Kombi, die ich sehr, sehr stark finde. Und die, glaube ich, vielen von euch sehr viele Kopfschmerzen im Tuntu bereiten wird. Und zwar Diszi-Priester-Magier. Eine unglaublich ekelhafte Kombi, die immer wieder resetten kann, euch immer wieder auf die Eier gehen kann. Und die stufe ich in Season 1 auch als sehr stark ein. Und am Ende eventuell dann auch wieder im Season 4. Muss man mal gucken. Das sind aber dann auch so die relevanten Setups vom Mage im Tuntu gewesen. Ich würde aber behaupten, dass ihr mit diesen beiden Setups auf jeden Fall echt in den wirklich Top-Rängen im Tuntu mitmischen könnt als Frostmager. Im 3 und 3 wiederum brauche ich, glaube ich, nicht so viel erwähnen, Leute. RMP, Rogue Mage Priest, beziehungsweise Magier, Schurke, Christa wird wahrscheinlich jeder von euch kennen. Ist somit das prominenteste 3-in-3-Team, was man eigentlich kennt. Hat auf unzähligen Turnieren unzählige Preise gewonnen. Wurde immer neu definiert und rumprobiert von asiatischen Teams zum Beispiel. Wer noch den Orange Marmalade, gut, das war, glaube ich, Arcane dann, aber trotzdem auch legendärer Magier auf jeden Fall. Wer noch die Szene aus dem Turnier kennt, und RMP wird auf jeden Fall mit die 3 und 3-Szene dominieren. Also da bin ich relativ überzeugt von, weil einfach das so ein unglaublich starkes Setup ist, wenn man perfekt zusammenspielt. Und wir haben unglaublich viele Leute, die sehr viel Zeit auf Burning Crusade, Privatservern verbracht haben, sehr viel üben konnten. Wir werden deutlich stärkere Add-ons sehen als im originalen Burning Crusade. Wir werden potentere Internetanbindungen haben, wir werden potentere Rechner haben und, und, und. Das heißt, die Leute können noch besser auch sich koordinieren, absprechen. Und davon profitiert einfach so ein Setup wie RMP ungemein von so einer Meta. Und deswegen denke ich einfach, RMP wird auf jeden Fall ein unglaublich starkes 3-3-Setup werden. Und ist absolut fähig, auch den Rang-1-Titel auf eurem Pool zu holen. Unabhängig von RMP gibt es noch so ein paar andere Setups, die man mit dem Magier spielen kann. Zum Beispiel Magier, Druide, Krieger ist auch ein ganz nettes Setup, finde ich. Da wird es sicherlich auch dann noch die ein oder andere interessante Geschichte geben. Oder zum Beispiel auch Priester, Magier, Hexenmeister ist auch ganz nett. Ja, für die Talentbäume, Feuer und Arkane fallen mir jetzt keine gesonderten Setups irgendwie ein. Vielleicht irgendwelche komischen One-Hit-Kombis oder so. Aber sie werden, glaube ich, eher weniger relevant. Im BG-Gameplay und auch generell im Solo- und World-Pvp muss man sagen, ist der Magier aber nach wie vor eine absolute Granate. Einfach durch die Fähigkeit schiebt. Kann immer einen Gegner auf Range aus dem Kampf nehmen. Das wird immer eine sehr starke Qualität im Open-World-Pvp und auch im BG bleiben. Das wird sich nicht ändern. Generell auch im BG-Pvp durch seine AOE-Fähigkeiten, womit er einfach komplette Gruppen slown kann und so weiter, wird der Magier auf jeden Fall mit die stärkste Klasse im BG-Pvp bleiben. Overall, aufgrund einfach von noch stärkeren anderen Klassen ist er aber für mich an der sechsten Stelle. Wir machen lockerflockig weiter mit dem fünften Platz, Leute. Und dort haben wir den Krieger. Ja, Freunde der Nacht. Auch eine sehr knappe Geschichte. Ja, vielmehr nicht leicht, vielmehr nicht leicht, vor allem, weil es ja wirklich sehr, sehr dominante Arena-Kombis mit dem Krieger gibt. Druide Krieger, Druide Krieger Warlock mit so das Stärkste, was man außerhalb von RMP im 3.3 spielen kann. Overall, sehe ich ihn dann aber trotzdem nur an der fünften Stelle. Und darauf gehen wir jetzt mal ein. Wir gehen hier mal kurz in die Talente rein. Wir haben hier natürlich den guten alten Arms-Krieger, den Fury-Krieger und den Tank-Krieger. Und der relevanteste und wichtigste PvP-Build bleibt, genauso wie in Classic, auch in Burning Crusade, der Arms-Baum, einfach wegen dem Heal-Reduce, wegen Mortal Strike. Man kann sogar sagen, der Arms-Krieger wird sogar noch dominanter im PvP, weil der Heal-Reduce in der Arena einfach unglaublich wichtig ist. Das ist eigentlich so mit der Hauptgrund, warum der Krieger am Tonto überhaupt so stark ist, weil man einfach hier die Gegner quasi umspielen kann, weil sie irgendwann einfach keinen Mana mehr haben. Dann haben wir natürlich hier noch den Fury-Build. Der ist einfach wegen dem nicht vorhandenen Heal-Reduce nicht mega relevant in der Arena. Der eine oder andere wird es vielleicht vor Fun spielen. Es gibt aber nicht wirklich einen Grund, warum man einen Fury-Krieger, einem Arms-Krieger bevorzugen sollte. Dann haben wir natürlich noch den Tank-Krieger. Der spielt aber eigentlich im Arena-Pvp keine Rolle, wenn dann vielleicht wieder in der Warstung-Schlucht als Flangenträger. Ja, generell kann man einfach sagen, der Krieger bekommt gar nicht so die megamäßig neuen Fähigkeiten dazu und er ändert sich eigentlich auch im PvP vom Gameplay her kaum im Vergleich zu Classic. Seine Qualität bleibt aber einfach erhalten und er ist einfach ein unglaublich nerviger Char, der an euch dranklebt und euch einfach zerhackt. Und das kann er halt auch wirklich gut. Und gerade im Toon-To ist sowas natürlich genial, wenn man einfach so einen Krieger auf einen gegnerischen Healer schicken kann und der einfach zerhackt wird und der von hinten gehealt wird. Das ist eigentlich auch die Grundfeste der Taktik, die Krieger quasi im Toon-To fahren. Einfach so lange auf dem gegnerischen Healer oder DD klatschen, bis einer davon im Dreck liegt. Ja, gehen wir mal in die Setups rein. Der Abendskrieger kann im Toon-To oder sollte im Toon-To primär mit einem Healdroiden spielen. Das wird wahrscheinlich mit Abstand die stärkste Kombi für den Krieger sein im Toon-To. Ihr könnt euch natürlich auch für einen Schamanen, einen Priester oder einen Paladin-Healer entscheiden, aber ich vermute overall werdet ihr mit einem Droiden die besten Ergebnisse einfahren. Ironischerweise liegt das aber nicht am Krieger. Der Krieger würde theoretisch gesehen eigentlich mit allen Healern so ungefähr gleich gut sagen wir mal abschneiden mit einem Paladin oder mit einem Priester vielleicht sogar noch ein bisschen besser, weil die einfach ihn dispeln können und er nicht so leistet werden kann. Das Schöne an dem Droiden ist aber einfach, dass der Droide einfach deutlich besser alleine zurechtkommt, sagen wir mal. Also ein Droide kann einfach ohne Probleme in den gegnerischen Krieger zum Beispiel 100 Jahre lang kiten, wenn der Krieger nicht megamäßig Support bekommt, während ein Priester es da schon deutlich schwieriger hat. Und der Krieger wiederum kann aber seinen Healer nicht so gut supporten, wie einen Warlock oder einen Schurke oder einen Jäger. Und aus dem Grund hat sich dieses Setup gefunden, dass der Krieger einfach mit einem Healer reingeht, der gar keinen Support braucht, beziehungsweise nicht so viel. Klar, da kommt man einen Intervenen oder einen Intercept und so weiter, aber overall kommt ein Droide eigentlich relativ gut alleine klar. Und aus dem Grund ist das dominante Setup für den Krieger eben im Toon-To mit einem Droiden. Ja, für den Fury und für den Protection Build fallen mir keine gesonderten Setups ein, daher brauchen wir die ja eigentlich nicht erwähnen. Im 3 und 3 ist der Krieger und das unterscheidet ihn jetzt zum Beispiel vom Paladin oder vom Jäger dann schon mit deutlich mehr Kombi spielbar, was dann einfach auch ein bisschen angenehmer wird. Ihr könnt zum Beispiel euch für die Melee Cleave entscheiden, das heißt ihr könnt zum Beispiel mit einem Redri und einem Hidischamanen reingehen, ihr könnt mit einem Droiden und einem Schurken reingehen, das ist auch eine Melee Cleave, die auch nicht so viele Leute kennen, ihr könnt aber zum Beispiel auch mit einem Droiden und einem Warlock reingehen, auch ein sehr interessantes Setup, also ihr habt da wirklich sehr viele Möglichkeiten oder eben auch mit einem Droiden und einem Mage, was auch ein starkes Setup ist, also ihr habt da wirklich schon sehr gute Möglichkeiten Teams, die ich gerade genannt habe, haben eigentlich die Möglichkeit doch wirklich im High-Rated-Bereich oben mitzumischen. Ja, deswegen overall merkt man hier schon, der Krieger hat deutlich mehr Möglichkeiten als die vorherigen Klassen und schneidet deswegen hier an fünfter Stelle in der Mitte recht gut ab. So, Freunde der Nacht, wir machen direkt weiter mit den Top 4 und an der vierten Stelle haben wir die Priester. Ja, die Priester, Freunde der Nacht und ja, hier war ich mir nicht sicher, ob ich den Krieger vielleicht vor den Priester nehmen sollte oder nicht. Jetzt habe ich mich hier für den vierten Platz für den Priester entschieden, war eine sehr knappe Entscheidung. Wir gehen hier gerade mal in die Talente rein, wir haben hier natürlich den Diszi-Priester mit Good Old Pain Suppression am Start, so mit der wichtigsten Fähigkeit, die man eigentlich als Priester bekommt in Burning Crusade, den Holy Priester und hier den Shadow. Und man kann eigentlich sagen, der relevanteste Bild im PvP wird auf jeden Fall hier der Diszi-Priester werden. Denn mit der Fähigkeit Pain Suppression, Power Infusion, Reflective Shield und so weiter kommen einfach unglaublich starke PvP-Fähigkeiten, auch offensive und defensive Fähigkeiten hier für den Priester, dass einfach, dass der dominante Bild sein wird im PvP, also ein Heal-Bild. Der zweitwichtigste Bild wird auf jeden Fall der Shadow-Bild sein, denke ich, weil man einfach hier durch die Shadow-Form relativ wenig Damage bekommt, auch in Burning Crusade. Man ist nicht mehr so Todes-OP wie in Vanilla, würde ich sagen, aber es ist immer noch eine Ansage mit dem Shadow und gerade Double-Damage-Teams mit dem Shadow werden in Season 1 auf jeden Fall eine Ansage sein. Der Holy Bomb wiederum ist nicht unbedingt relevant, da sind die beiden hier doch schon deutlich wichtiger. Ja, welche Setups wird man mit dem Diszi-Priester spielen können, ich denke, das dominanteste und auch das bekannteste Setup für euch wird natürlich Diszi-Priester-Rogue sein, also mit dem Schurken und ich vermute auch, das wird das am meisten Gespielte sein und das wird auch das stärkste Setup overall für den Priester sein, vermute ich, mit dem Schurken. Das Setup ist absolut dazu in der Lage, den Rang-1-Titel in der Battlegroup zu holen, eigentlich in jeder Season, von daher das wird durchweg gut sein. Hier muss man aber ganz klar sagen, und das habe ich eigentlich auch völlig vergessen bei dem bisherigen Ranking, das werde ich jetzt noch mal ein bisschen einbauen, dass hier auch die Fraktion deutlich, deutlich mit reinspielen wird. Also ein WD-Team, Diszi-Rogue, ist deutlich stärker als jede Kombi auf der Alli-Seite. Zwerg-Human ist auch nicht schlecht, weil Zwerg so ein bisschen defensiver ist mit der Stone-Form, kann man alle Gifte wegmachen, das ist auf jeden Fall angenehm, aber diese Fähigkeit, den 4 einfach unabhängig von der Insignie zu brechen, ist einfach zu mächtig und deswegen wird WD auf jeden Fall die stärkste Kombi hier sein. Ja, von daher, tut mir leid, das jetzt für die vorherigen Kombis nicht erwähnt habe mit den Rassen, aber das versuche ich jetzt noch ein wenig mit einzubauen. Die zweitstärkste Kombi würde ich sagen, für den Diszi-Priester im Tun2 ist mit einem Magier tatsächlich. Diszi-Mage wird auf jeden Fall im Tun2 auch ein sehr gutes Setup sein, gerade am Anfang und am Ende. Also in Season 1 und in Season 4. Dann mit dem Jäger, habe ich ja schon erwähnt, eventuell, und eventuell auch noch mit einem Warlock. Das ist auch eine ganz beliebte Kombi eigentlich. Da gibt es zum Beispiel auch so interessante Sachen, hat man auf den Private-Servor herausgefunden. Troll-Priester Warlock ist sehr stark, weil der Troll irgendwie einen Heel-Reduce hat. Fragt mich nicht, warum, aber irgendwie hat er den anscheinend bekommen. Und das ist sehr interessant. Ansonsten auch wieder WD stark bei der Kombi oder auf Ali-Seite Zwerg Gnom. Ja, wahrscheinlich die stärkste Kombi auf Ali-Seite. Und, ach so, noch natürlich 3-3-Teams, sorry, 3-3-Teams und Priester sind noch natürlich RMP, haben wir eben schon erwähnt, absolutes Top-Team und das stärkste Team, was ihr mit dem Priester M3-3 spielen könnt. Unabhängig davon könntet ihr eventuell noch ein Drain-Kombi spielen, Priester-Droide, also Priester-Hildroide und Jäger M3-3 oder eventuell eine Art Wizard-Cleeve, Priester, Magier, Hexenmeister, aber mehr ist es dann auch nicht unbedingt. Ja, dann kann man natürlich noch Shadow-Priester spielen und der Shadow ist im Turn 2 mit einem DD sehr stark, vor allem mit einem Schurken. Das wird auf jeden Fall ein Setup sein, was von vielen Leuten gespielt wird. Das ist auch ein Setup, was glaube ich richtig Laune macht, von daher, das wird man öfter sehen. ist meiner Meinung nach noch nicht ganz so stark wie Hexenmeister-Schurke oder Magier-Schurke, aber Shadow-Schurke wird auf jeden Fall auch oben mitspielen können. Top 10 oder ganz oben wird es aber wahrscheinlich eher nicht werden. Andere Setups mit dem Shadow im Turn 2 muss man mal schauen, eher schwierig, würde mir jetzt so spontan eigentlich keine direkt einfallen. Vielleicht noch solche Sachen wie Shadow Hexenmeister oder Shadow Mage eventuell noch ein bisschen ein Off-Spell-Cleeve im Turn 2 ist vielleicht noch möglich, aber primär würde ich schon sagen, geht man hier eigentlich mit einem Schurken ins Turn 2 rein. Und im 3 und 3 fällt mir dann eigentlich nur noch das gute alte Wizard, das gute alte Wizard-Cleeve aber heißt quasi Shadow-Play ein, das heißt quasi Shadow-Hexenmeister-Schamane. Was mir gerade einfällt, das habe ich auch vergessen, aber Leute, das Video wird sowieso schon zu lang. 5 on 5 haben wir auch gar nicht besprochen, finde ich aber auch für so ein Ranking nicht so relevant, weil in 5 on 5 einfach so viele Klassen schon wieder drin vorkommen, dass man eigentlich sagen kann, für jede Klasse wird es ein 5 on 5 geben, wo man mehr oder weniger gut mitspielen kann. Ja, overall, im BG-Gameplay ist der Priester, finde ich, ein unglaublich starker Supporter, vor allem natürlich als Zielpriester, aber auch als Shadow wird man im BG seine Freude haben, ist im Solo-Gameplay unglaublich stark und nachher ja, ist auf einem soliden vierten Platz der Priester. So, und dann haben wir es auch schon in die Top 3 geschafft, Freunde der Nacht, wir sind beim Droiden angekommen und der Droide ist für mich overall der beste Healer in Burning Crusade und das ist deswegen so, weil der Droide einfach nahezu unbegrenzte Möglichkeiten hat, um sein PvP-Gameplay erfolgreich zu gestalten, vor allem in der Arena. Der Droide versteht es eigentlich, gerade in der Arena in Burning Crusade nahezu alle Talentbäume, die er hat, in irgendeiner Art und Weise im PvP einzusetzen. Sei es der Feral Charge aus dem Feral Baum, sei es die Moonkin-Form am Ende in Season 3, Season 4 irgendwann mal, sei es der Tree of Life auch eventuell in Season 4, muss man mal schauen, je nachdem wie sich die Meta entwickeln wird, sei es dann noch die unglaubliche Mobilität mit der Reisegestalt in der Arena, die Bärenform, wenn man tanken muss, die Katzengeschalt am Anfang, wo man erstmal unsichtbar gehen kann, die Cyclone-Fähigkeit, wo man Leute komplett aus dem Kampf nehmen kann, beziehungsweise aus dem Geschehen und Immun machen kann und ja, der Droide hat einfach unglaublich viele Möglichkeiten. Da ist die Möglichkeit quasi zu healen, ohne Katzen zu müssen, mit Live-Bloom und noch auf verschiedene andere Stun-Möglichkeiten von der Bärengeschalt, von der Katzengeschalt zurückgreifen zu können. Der Droide hat einfach unglaublich gute Möglichkeiten. Wir haben hier in den Talent-Bäumen die drei Bäume, quasi Balance, Serial Combat und Restoration und der relevanteste Baum, kann man sagen, ist eigentlich der Restoration-Baum hier. Das ändert sich am Ende ein wenig, weil man dann in Season 3, Season 4 geht man dann hier wahrscheinlich Moonkin die noch besser mitbürsten können und auch unglaublich viel hier haben. Deswegen kann man fast schon sagen, die beiden Bäume sind gleich wichtig, aber ich würde sagen overall, kann man sagen, der Heal-Droid ist auf jeden Fall die wichtigste Ausrichtung vom Droiden. Danach kommt der Balance-Baum und danach der Theral-Baum. Ja, welche Setups kann man mit einem Droiden spielen? Ich habe es jetzt wie gesagt mittlerweile schon mitbekommen, sehr, sehr viele. Ihr könnt spielen Droide-Jäger, Droide-Krieger, Droide-Schurke, Droide-Warlock. Ihr könnt im 3 und 3 Droide-Schurke-Schurke, Droide-Krieger-Schurke, Droide-Krieger-Warlock, Droide-Priester-Jäger, Droide-Warlock-Jäger, Droide-Krieger-Mage. Also der Droide hat einfach unglaublich viele Möglichkeiten und das ist auch einfach einer der Hauptgründe, warum ich ihn auch so weit oben in dem Ranking hier heute habe. Die stärksten Setups für den Droiden im 2 und 2 beziehungsweise das stärkste Setup überhaupt, wahrscheinlich in komplett Burn & Cosette, ist einfach Droide-Schurke. Am Anfang muss man mal schauen, da könnte es noch nicht das absolute Top-Setup sein, aber ich vermute tatsächlich, sobald der Schurke Zugriff auf PvE-G hat und sobald der Droide so viel Leben hat, so viel Abhärtung, so viel Heal und Spell Damage und so weiter und so fort und er dann den Restokin, das nennt man quasi die Kombination aus Moonkin und den Rest in Restoration-Skillen Restokin gehen kann, ist glaube ich Restokin-Schurke einfach die stärkste Kombi, die man overall spielen kann in der Arena. Ja, das zweitstärkste Setup für den Droiden würde ich sagen, ist Warlock-Droide, dann Krieger-Droide und dann Jäger-Droide in der Reihenfolge würde ich es wahrscheinlich sagen und all diese Setups und das Kranke haben theoretisch gesehen die Möglichkeit in den Top-Ten-Bereichen beziehungsweise Rang 1 oder wie auch immer ganz oben bei euch mitzuspielen und das ist halt die Stärke vom Droiden, dass ihr halt so viele richtig kranke Setups habt, ne? 3 und 3 habe ich eben schon angesprochen, sei es Droide-Krieger-Schurke, Droide-Schurke-Schurke oder Droide-Krieger-Warlock wie auch immer alle Setups, die absolut im Top-Bereich mitspielen können und auch gegen jedes RMP gute Karten haben, wenn mal einer einen Fehler macht von den Gegnern. Und deswegen ja, ist der Droide an dritter Stelle? Feral Droide ist wiederum im PvP nicht wirklich relevant, deswegen gehen wir da nicht gesondert drauf ein, ja, also Feral-Droid ist es nicht, dass man irgendwie Deep Feral geht und da gibt es dann irgendwie noch ein Setup und im BG-Gameplay ist der Droide auch zum Beispiel weiterhin in der Kriegshymnen-Schlucht oder auch im neuen Battleground-Auge des Sturms natürlich sehr gern gesehen mit der Travel-Form kann man einfach immer noch ideal die Flagge aus der Mitte holen und deswegen bleibt der Droide auch ein unglaublich starker BG-Char in allen möglichen Belangen, sei es beim Healen, beim Flaggenholen, beim Tanken und so weiter von irgendwelchen Gegnergruppen unsichtbar kann man auch noch gehen, das heißt man kann unsichtbar auch Flaggenpunkte verteidigen und 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 von daher hier auch gerechtfertigt die obere Position und deswegen der Droide an dritter Stelle. So, wir erreichen das obere Ende der Nahrungskette und an zweiter Stelle ist für mich der Schurke. Der Schurke hat einfach ähnlich wie der Droide fast sogar noch mehr Möglichkeiten in die Arena in Burning Crusade reinzugehen. Denn der Schurke kann im Vergleich zum Druiden nicht nur mit allen möglichen Healern oder eben mit einem Druiden in die Arena reingehen, mit Peace und so weiter dort quasi dominieren mit einem Healer. Nein, der Schurke kann eben auch Double Damage Kombos extrem gut spielen mit einem Magier, mit einem Hexenmeister, mit einem Shadow. Ja, wir gehen mal in die Talente rein und hier haben wir den Subleti beziehungsweise Hemo, nach der Hemo-Fähigkeit hier benannten Baum, den Combat Baum und den Assassination Baum beziehungsweise den Mutilate Baum, den man mit Dolchen spielt und den man quasi, wo man die Fähigkeit nur anwenden kann, wenn man hinterm Gegner steht. Der relevanteste Speck ist auf jeden Fall der Hemo-Baum, weil er einfach, ja, kann man sagen, am Ende auf jeden Fall mit PvE-Gear am meisten Damage macht, weil er am, ja, dynamischsten ist einfach, weil er einfach Shadow Step hat, man ist mobil, man kann von, in der Blade's Edge Arena zum Beispiel von unten hochjumpen einfach, mit allen anderen Möglichkeiten werdet ihr dann oft zu einfach gekitet, von daher, Shadow Step muss man eigentlich heutzutage schon mitnehmen. Mutilate war zwar im originalen Burning Crusade auch eine sehr gern gespielte Talentausrichtung, die auch Rang 1 Potenzial hatte, lustigerweise kannte ich sogar einen Schocken, der mit Mutilate Rang 1 gemacht hat, bei uns damals im Blackmoor, Grüße gehen raus an Demon an der Stelle, ich vermute aber, dass Hemo hier eindeutig die Meta dominieren wird, also, die Leute sind mittlerweile schon so gut geworden und, ja, dass man sich Mutilate, glaube ich, nicht mehr erlauben kann, aber gucken wir mal, vielleicht haben wir den ein oder anderen Mutilate Schocken da draußen, der uns alle noch überraschen wird. Das heißt, wir gehen eigentlich hier als Hemo-Schorke in die Arena rein. Ja, welche Teams können wir spielen mit dem Schorke? Ich habe es eben schon leicht angesprochen oder leicht angeschnitten. Wir können spielen, und das ist eigentlich auch mit das stärkste Setup, Droide-Schorke, also Heal-Droide-Schorke, wir können spielen Priester, also Heal-Priester-Schorke, wir können spielen natürlich auch Double-Damage-Kombos, wir können Magier-Schorke spielen, auch sehr stark, wir können Hexen-Meister-Schorke spielen, auch sehr, sehr stark, und nahezu alle Setups haben die Möglichkeit, auch in den Top-10-Bereichen mitzumischen. Der Schorke hat zudem auch, wie der Krieger, ein Heal-Reduce, was ihn einfach auch im Tontu mit einem Healer unglaublich stark macht, der Heal-Debuff auf dem Gegner durch die Wound-Poison auf der Mainhand, und dementsprechend ist er einfach im Tontu unglaublich stark. Dazu kommen noch andere Fähigkeiten, wie Kick, wie Deadly Throw, Range Interrupt, man hat unglaublich viele Möglichkeiten, auch die Gegner am Kasten zu unterbrechen, was ihn einfach auch unglaublich, ja, einen unglaublich nervigen Gegner in der Arena macht, sag ich mal. Im 3 und 3 können wir auch viele Kombi spielen, natürlich auch wieder hier die dominanteste wird RMP wahrscheinlich sein, aber auch Warlock, Druide, Schorke, oder auch Druide, Schorke, Schorke, Druide, Krieger, Schorke, werden auch sehr starke Kombis sein, vermute ich, und hier müssen wir mal gucken, ob vielleicht noch die ein oder andere Überraschungskombi auftaucht, ja, auf Combat brauchen wir eigentlich gar nicht eingehen, weil Combat eigentlich keinen Platz im PvP wirklich hat, es gab mal einen sogenannten Harp-Spec, den gab es vor dem Shadowstep-Spec, da ist man quasi bis Adrenalinrausch runtergegangen, das war einfach da der Grund und bis Vorbereitung im Sublet die Baum, weil es damals quasi noch kein Shadowstep gab, beziehungsweise der Shadowstep-Bild noch nicht so gut war, da wir aber direkt die 2.4.3-Talente ja bekommen werden, werden die Leute, denke ich, von Anfang an Shadowstep gehen, beziehungsweise Hemo. Im BG-Gameplay ist der Schorke, muss man ehrlich sagen, natürlich trotzdem sehr stark, aber der Schorke hat schon immer so ein bisschen die Nachteile gehabt im BG-Gameplay, dass er einfach nicht so gut dafür geeignet ist, ja, so im Zerg mitzumischen, wenn er quasi nicht so in Ruhe seinen Gegner bearbeiten kann und die ganze Zeit gestört wird, ist es immer so ein bisschen nervig, aber immerhin haben wir die Fähigkeit Cloak of Shadows bekommen, das heißt, wir können jetzt auch im BG, wenn man einmal eine komplette Dot-Leiste hat, können wir einmal einen schönen Cloak of Shadows verwenden und dann vanischen, das wird euer Gameplay im BG deutlich, deutlich erleichtern, also deutlich, und im Solo-Gameplay ist der Schorkel, also im Real PvP und auch im Duellen trotzdem eine absolute Granate und würde ich sagen, fast die stärkste Klasse, die man eigentlich Solo spielen kann, euch kann eigentlich kaum jemand killen, wenn ihr nicht gekillt werden wollt, ihr könnt eigentlich mit Cloak of Shadows und dann Vanish, ihr könnt immer entkommen, wenn ihr entkommen wollt, ihr könnt euch jetzt mittlerweile wirklich jeden Kampf aussuchen eigentlich und könnt gar nicht mehr quasi irgendwie gezwungen werden zu kämpfen, wie man ja in Classic das noch oftmals konnte, wenn man euch vollgedeutet hat, joa, von daher auf jeden Fall eine absolute Granate auch im World PvP der Schorkel. Ja, overall mit seinen unglaublich vielen Möglichkeiten im 2-2, im 3-3, durchweg stark, sei es am Anfang mit Mage Rogue, am Ende mit Rastrokin Rogue im 2-2, mit PvE-Gear, der Schorkel profitiert auch noch von PvE-Gear, das heißt mit Double Glaives und so weiter in der Arena wird es noch kranker, dann könnt ihr die Warlock Pets rasieren und solche Geschichten. Das führt einfach dazu, dass man sagen muss, der Schorkel ist für mich an zweiter Stelle auch sehr knapp, ich hatte jetzt überlegt, ob ich ihn an erster Stelle mache, aber ich habe mich dann doch aufgrund des doch relativ hohen Skill Caps dann auch wiederum, wenn man oben mitspielen möchte, muss man den Schurken auch schon sehr gut spielen können und da es ist nicht so leicht und der Schurke verzeiht auch keine Fehler, also ein Schurke ist auch in der Arena an Cooldowns gebunden und wenn man diese Cooldowns eben dann mal verkackt, sag ich mal, oder irgendwie sich falsch abspricht oder das falsch verwendet, dann ist es auch oft mal Ende im Gelände und deswegen hat es der Schurke hier in Anführungszeichen nur an die zweite Stelle geschafft, ähm, ja, aber das ist der Schurke an zweiter Stelle. So, Freunde der Nacht und ich würde sagen, wir gehen zu Numero Uno. Ja, ich denke, es war euch allen irgendwie auch ein Stück weit klar von Anfang an, es war am Ende dann doch eine knappe Entscheidung für mich, aber ich habe mich dann doch für den Hexenmeister an der ersten Stelle entschieden, also der Hexenmeister ist für mich tatsächlich die stärkste PvP-Klasse in Burning Crusade komplett, ähm, durchweg auch, also von Season 1 bis Season 4, am Ende von Season 4 so, ist es manchmal ein wenig nervig eventuell, weil euer Pet so ein bisschen, äh, sagt man dann, PvE gekleaft werden kann, weil die ganzen Krieger und Schurken und hast du nicht gesehen, es dann ihr ganzes PvE-G auspacken und euer Pet so ein bisschen leichter umkleaft können, äh, es sollte aber noch einigermaßen machbar sein, ja, vielleicht muss man dann bei dem ein oder anderen Matchup auf den Leerwandler zurückgreifen, wenn der Fellhunter zu schnell stirbt, muss man mal abwarten, das ist so die einzige Schwäche, die ich vom Warlock erkennen kann und wir gehen mal in die Talente rein, ja, und die Stärke vom Warlock hängt vor allem mit einer beziehungsweise mit zwei Fähigkeiten zusammen, beziehungsweise auch mit dem, äh, Game-Stil vom Warlock einfach, und zwar rede ich natürlich, wie kann es da noch sein, von der Fähigkeit Soulink, beziehungsweise von der Kombi SLSL, ja, da geht man quasi Soulink und SifnLive, man nimmt also diese beiden Punkte mit, man geht bis hier unten rein, nimmt hier noch ein paar Sachen mit, die beiden noch, auch sehr stark, und geht hier bis SifnLive runter und macht noch einen Punkt in, äh, hier in Shadow Embrace rein, genau. und der, äh, dominante Bild wird auf jeden Fall der, ähm, ja, SLSL Bild sein, das heißt, man geht hier in Soulink und SifnLive rein, der zweitdominante Bild wird vermute ich der Unstable Affliction Bild sein, wenn man da wirklich sehr, sehr viel Gier hat, äh, kann man überlegen, hier so ein bisschen offensiver zu gehen, dann irgendwie Soulink nicht mehr mitzunehmen, hab ich schon gesehen, ob das wirklich die Meta werden wird in TBC Classic, muss man mal schauen, und, äh, der dritte stärkste Bild wäre dann der Destruction Bild wahrscheinlich oder eventuell sogar mit dem Failguard hier in Demo, ähm, beides aber nicht unbedingt ideal. Also man kann eigentlich schon davon ausgehen, dass der Soulink Warlock, äh, die dominante Skillung in Komplett Burning Crusade bleiben wird. Jetzt fragt man sich vielleicht, okay, was unterscheidet aber jetzt den Warlock DD, ähm, vom Schurken oder vom, äh, Krieger im Turn 2 und da gab es mal ein sehr interessantes Video mit dem ehemaligen, äh, WoW, äh, Profi-Tournament-Spieler Serenia, der hat nämlich mal gesagt, dass der Krieger durch seine Stances, also durch seine Haltungen, also Berserkerhaltung, Verteidigungshaltung und so weiter limitiert wird, denn wenn man sich mit dem Krieger zum falschen Zeitpunkt in der falschen Haltung befindet, dann kann man auch mal schnell gegen sehr gute Gegner ein Game verlieren. Der Schurke wiederum wird durch seine Cooldowns limitiert. Das heißt, wenn er Blind nicht Ready hat oder Vorbereitung oder Locker Shadows, dann kann er auch einfach mal schnell down gehen. Der Warlock wiederum wird durch nichts limitiert. Ja, der Warlock hat eigentlich unendlich Mana, er kann sich immer wieder Mana selbst erzeugen und hat keine wirkliche Limitierung in seinem Gameplay. Die einzige Limitierung, die man sagen könnte, wäre, wenn sein Patch stirbt. und da dies aber schon sehr, sehr schwer zu bewerkstelligen ist gegen sehr gute Gegner, also ein sehr gutes Warlock-Team wird alles in ihrer Machtstehende tun, um das Pad nicht frecken zu lassen, ist es so müssen die Frage, ob da wirklich eine Limitierung durchs Pad besteht oder nicht. Aber das wäre die einzige Schwäche, die ein Warlock hat. Und das war somit einer der Gründe, warum ich mich am Ende final dafür entschieden habe, den Warlock hier wirklich als die stärkste PvP-Klasse in Burning Crusade zu deklarieren, weil er einfach so wenige bis kaum Limitierungen hat. So, jetzt schauen wir uns aber mal die Setups an, die man mit dem Soulink Warlock spielen kann. Wir trachten hier auch einfach nur den SLSL Warlock, weil den sowieso 95% der Leute spielen werden. Im Tour & Tour werdet ihr natürlich mit einem Druiden eure stärkste Kombi haben, vermute ich. Die zweitstärkste Kombi mit dem Warlock ist wahrscheinlich mit einem Priester. Auch sehr gute Vorderseite spielbar zum Beispiel mit einem Org-Warlock und einem Trollpriester oder auf Alli-Seite mit einem Zwergenpriester und einem Gnome-Warlock. Dann kann man im Tour & Tour auch noch zum Beispiel mit einem Schurken spielen, auch eine sehr starke Tour & Tour Kombi, wie ich finde und aber vor allem Druide Warlock ist eine unglaublich starke Tour & Tour Kombi absolut in der Lage auch dann eins auf eurem Realm Pool zu holen beziehungsweise in Top Ten Bereichen zu spielen. Im 3 und 3 ist die Geschichte eigentlich auch relativ nice für den Warlock. Gibt es auch sehr viele schöne Startups. Man kann zum Beispiel sehr starke Kombi Hyldroide Krieger Warlock spielen. Ja, vielleicht auf einem Level wie Hyldroide Schurke Warlock auch eine sehr starke Kombi oder was ich auch sehr stark finde ist zum Beispiel Hyldroide Jäger Warlock. Die drei Kombis sind für mich ungefähr auf einem Niveau. Und alle drei Kombis haben auch relativ gute Karten gegen RMPs. und RMP wird so mit das schwerste Setup sein, auf das man quasi im 3-3 treffen kann. Und das ist halt generell das Schöne mit einem Warlock. Immer wenn man einen Warlock in der Arena im Team hat, dann hat man einfach einen sehr guten Counter gegen gegnerische Magier. Gegnerische Magier haben es automatisch deutlich schwieriger, das Gameplay in der Arena zu dominieren, wenn sie einen Warlock im Gegnerischen Team Momenten profitieren, ihr könnt von hinten voll dotten, ihr könnt Leute fieren, ihr könnt eure Pads wechseln, ihr seid wirklich eine absolute Granate, geht nicht down, könnt lange Posten verteidigen, habt einen Gesundheitsstein und und und. Im Solo Gameplay finde ich und auch im BG Gameplay auch mit die stärkste Klasse und unglaublich wertvoll für jedes Team. Und aus diesen Gründen ist für mich der Hexenmeister die stärkste Klasse, die ihr im PvP in The Burning Crusade Classic spielen könnt. Leute, da haben wir es, da haben wir das Ranking von 9 bis 1 haben wir es geschafft. Vielen, vielen Dank an jeden, der bis hierhin durchgehalten hat. Wir haben ein paar Sachen natürlich vergessen. Wir sind nicht auf 5x5 eingegangen. Ich denke aber, die 5x5-Meter ist nicht so relevant für die Mehrheit von euch, von daher ist das nicht so schlimm. Wir sind nicht auf die Fraktionen eingegangen, das habe ich ein bisschen was ihr spielen könnt, ist auf Vorderseite stärker, muss man ganz klar so sagen. Im Zweifel geht Untot. Auch Healdruiden profitieren von der Tauren Warstorm-Fähigkeit enorm. Warstorm, dann Cyclone und Wegrennen und Schurke und Priester-Setups haben es einfach auf alle Seiten schwerer, weil sie eben nicht aus dem Vier rauskommen wie die Untoten und dementsprechend leichter ziziert werden können. Wenn euch die Arena unglaublich wichtig ist und ihr nur Arena spielen wollt und absolut PvP Fanatiker seid, dann müsst ihr wahrscheinlich Horde gehen. Ich persönlich werde Allianz gehen und ich denke, es sind auch trotzdem viele Setups auf alle Seiten gut spielbar. Ihr könnt zum Beispiel Gnomenkrieger, Nachtelf-Druide sehr gut spielen auf alle Seiten. Ihr könnt auch Mensch-Schurke, Nachtelf-Druide sehr gut spielen. Ihr könnt Mensch-Schurke, Zwergpriester spielen. Generell Zwergenpriester sind auch sehr, sehr, sehr stark einig. Es gibt schon Möglichkeiten, aber overall ist es auf der Hordenseite trotzdem etwas einfacher. Ja, Leute, das war das große PvP-Ranking der besten PvP-Klassen in Burning Couset. Jetzt seid ihr natürlich gefragt, ich bin gespannt auf eure Meinung. Sagt mir gerne euer Ranking in den Kommentaren, was würdet ihr weiter vorne sehen oder was weiter hinten. Sagt ihr, nee, der Krieger muss weiter nach vorne oder nee, hier, der Priester ist viel zu weit vorne oder der Magier oder wie auch immer. Leute, ich bin sehr sehr gespannt auf euer Feedback an der Stelle. Ich habe sicherlich nicht alles hundertprozentig perfekt heute dargestellt, aber ich habe mein Bestes gegeben, euch einfach ein bisschen Hilfe zu geben bei eurer Klassenauswahl und in dem Sinne würde ich sagen, Däumchen wäre ein Träumchen, Leute, lasst mir gerne ein Abo da, wenn ihr Bock auf weiteren Burning Couset PvP Content habt und in dem Sinne bis zum nächsten Video, euer Defiler, ciao, ciao,